So viel geht, oder was? Ja, nein, für Julian. Ich finde das cool. Weil das, was ich wollte, gibt es doch nicht so, wie ich es will. Ich habe ihn einen Ersatz gefunden, aber das ist cool. Zeig's dir nachher. Mir gefällt das. Wer kommt zu euch zurück? Ja, und du hast mir den Schneebeln gehabt. Wer war das denn jetzt schon wieder? Luni bestimmt. Ich bin... Ich konnte durch den Rampy durchlaufen. Irgendeiner hat mich gerade schön abgeschmissen. Dieser Schneebeln macht ja... Ja, die explodieren noch die Dinger. Ja, der macht... Und explodiert noch gut. Am Keller gibt es ganz viele Geschenke. Hier bleibe ich. Oh, ein Weihnachtsbaum gibt's ja auch noch. Eine Grün-Taschenlampe. Wer braucht denn so einen Dreck? Wolltest du die nächste Weihnachten haben? Nein. Ja, schönen Dank auch. Ich bin da mal im Keller. Viel Spaß. Danke. So wenigstens Geschenke. Oh, ich darf direkt neben den Weihnachtsbaum. Cool. Ich habe gerade aufgefrieren. Ich habe heute auch einen Baum gekauft. Ich bin da nicht mit dir. Oh, ja, natürlich. Immerhin kann die mit der Taschen nach oben gehen. Was geht denn? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Du hast doch ein bisschen Schnee um dich rum. Ah, ah. Mhm. Dankeschön. Mhm. Da lacht ne Echse. Das war Schicksal. Was halt das? Ah, ne, schon wieder. Ich muss mal eben kurz annehmen. Der war mitten in einer Runde. Wollen, da steht einfach dort in den Weg und du kommst einfach nicht vorbei, obwohl der halt in sein Scheiß-Kurau-Phase ist. Das ist total aber Müll. Mhm. Irgendwie ist dieses Event sehr schwitzig, habe ich das Gefühl. Hm. Mhm. Mhm. Na, du, nie, abhucken macht da gar keinen Sinn jetzt, oder? Ich weiß es nicht. Was hast du denn gesagt? Ich muss irgendwas machen. Ja, aber was? Ich muss an der Haustür. Achso. Ich will nicht, bis er nicht auf die Mutter kommt. Ja, ich kann sie ja trotzdem abhucken. Ja, ich kann sie ja trotzdem abhucken. Ich kann sie ja trotzdem abhucken. Ich bin doch mal in Ruhe, ehrlich. Hauptsache erst mal Tunnelkein. Oh, verdammte Kackscheißer. Da hat ein scheiß Berg dabei. Tja, vor allem abgelaufen. Ah, jetzt hab ich nicht geguckt, wo dieser hessische. Nein, wieso schläfst du denn nicht die Palette? Oh Gott, ich renne und steh an der Palette und drücke und will weiter rennen, weil ich in der Hoffnung bin. Oh, sehr schön. Sehr schön. Die hat mich voll freigeblendet. Aber erst mal loslegen mit Motzen. Ja, weil ich in dieser scheiß Palette stehe, ich drücke, ich hämmer meine Taste dreimal und es passiert nichts. Dann läuft er einfach drei Meter weiter, ich lauf zurück, dann reagiert er immer noch nicht und Jackie kloppt mich um. Totaler Käse. Nein, schläfst du. Nein, schläfst du immer dieses scheiß Gefälle. Na gut, jetzt ist es mir ja egal. Ich stehe vorletzt. 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 Okay, ich kann da machen, dann ist schön. Der ist hinter mir. Der kleine Gewürzprüfer. Oh Gott. Ich stehe vorletzt. Ich stehe vorletzt. Ja. Scheißegal. Oh! Tja! Joach! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Boah, es hat ja keinen Bock auf die Name. Ja ich hab das andere Scheisse m Overwark Mh schon ein echtigen Pro-Game. Was schau es? Lass mich doch in Ruhe, ich komm doch grad vom Wucht, du Arsch! Doch. Ja, nimm halt keine Palette, ist okay. Lass mal ausrasten hier. Na klar. Er schmeißt ihn hier mit Schneebellen. Ja, nimm dich. Na, komm mal! Das war's für heute. Sehr süß. Jetzt hab ich schon so nicht geguckt, wo da was gänge sind, wie immer. Das ist mir jetzt nicht hinterher gelaufen. Ja, das ist ja nicht so schlimm, aber einen hab ich gefunden. Und da, wo die zwei Transporter sind? Ich bin mal am einen. Scheiße, da kommt, die kommt genau mit dir näher, muss ich zu früh. Schaffst du's hierher sonst? Da muss ich gucken. Oh, hi, was geht? Ich weiß nicht, wo die andere Tante ist. Entrum. Okay. Ich hab das gemäuchtet. Komm, was Tschakisch ist. Ja, stehen wir doch noch im Weg, komm. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020